Ich komm gleich wieder raus Ja genau Warte mal, Handy check Hörst du mich? Ja ja, ich hör dich Gruppe Zahl Oh mein Gott Okay, 3 Auri ist drin Hallo, beruhig doch Jungs Hallo, ein wunderschön Hey, 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 hey Ich bin doch nur Zivi Ja, das müsst ihr auf jeden Fall halten Und Rockford-Dach ist jetzt auch von uns Welche ist aufs Stube-Dach? Waren das Kollegen gerade? Im Rockford-Dach sind das welche von uns oder nicht? Was gibt's denn aktuell? Wir drauf, Handy Hä? Warte, was? Habt ihr gerade auf mich geschossen? Anander Anander Pass mal bitte auf Hä? Gibt's gerade irgendwo Sichtkontakte mit feindlichen Personen ankommen? Hier, hier, hier Hä? Ah lol Die pushen halt drauf Ah lol, das hab ich gar nicht gerafft Hab ich halt gar nicht gerafft Ich hab nicht mal gesehen, dass die schon tot sind What? Ich hab das Es ist mir warm Oh Gott Mir ist so warm Warte, ich halte deine Haare Oh mein Gott, es ist mir warm Äh Äh Oh Gott Äh, ich guck nicht Äh 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 Oh mein Gott, es ist so warm Äh 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 Oh mein Gott, es ist so heiß Äh Soll ich mich rufen? Hilfe, ja Okay Es ist so heiß Äh Oh mein Gott Oh mein Gott Äh Ey, Jungs, ein Clip mal Oh Gott Jungs, Jungs, mach mal bitte ein Clip, Jungs, bitte mach mal ein Clip Steig aus, oder Bleib stehen Alter Weg spots, Digga Wer seid ihr eigentlich, Fotzen Was denkt ihr wer ihr seid, Alter Was ist das hier Was ist das hier Was ist das hier Was ist das hier Der Gericht hat ihr gesehen Was ist das hier Hast du es hier Das hier Was ist das hier Das hier Lingen Sie sich da mal hin Die Huse sind die Schmerzen von 1 Ja, schön auch noch Äh Oh Oh Wow Leute hört mal auf hier Kein geil Geist, ein Wunderschön. Ja, Geist. Folgendes Problem, sie haben eine offene Akte. Äh, okay. Ich will jetzt hier für sie. Ich will jetzt einmal verstrecken, die Akte. Wenn ich es einmal so weiter anlegen. Nee, möchte ich nicht. Bitte? Aber wir möchten das. Ich stehe, damit ich einen Handschuh anlegen kann. Ja, Geist. Ah ja. Woher sie mich... Hä, was ist das denn? Hände hoch. Bitte? Du hast eine Chance. Was zum Teufel passiert hier? Deine. Eins, zwei, drei. Er ist tot. Jungs, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Einde! Traurig. Und auch ganz theoretisch gehört auch ein Brinker dazu. Tja, was ist denn jetzt los? Nostarovie. Äh, Papa hätte es nicht machen sollen. Guck mal. Ähm. Wisst ihr was? Ich glaube, der Käsekuchen wird kalt. Man weiß nur das, was man sieht. Du machst sofort die Hände hoch. Du machst sofort die Hände hoch. Du machst das, was man einem erzählt. Du machst sofort die Hände hoch. Was soll das da bringen? Danny, 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 hol die Armee. Hier sind verdammte bewaffnete Helikopter mit Miniguns. Danny, hol die verdammte Armee. Kamera, funk durch. Armee, Miniguns, bewaffnete Helikopter, Danny. Oh mein Gott, Hakan. Alles gut, alles gut. Überhaupt ist alles gut. Der schießt nicht, der schießt nicht. Alles gut. Die holen den jetzt einfach nur ab und lassen uns jetzt stehen. Das glaubst du wohl im Leben nicht, Danny. Hakan. Hakan. Die schießen von da oben. Die schießen nicht. Hakan. Schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja, nee, sowas gibt es in deiner Beziehung nicht, ne? Du machst nur Händchen halten, weil alles andere ist für dich viel zu schlimm. Weil du noch nicht reif genug bist. Tü-tü-tü. So, ich habe aufgelegt. Ich habe ihn fertig gemacht. Ja, sehe ich dich. Schau das. Oh, euer Bohn. Ich glaube, euer Bohn hat irgendwie Wind mitgebracht. Sehr windig, ey. Was? Herr, euer Bohn. Herr, euer Bohn, haben sie Wind mitgebracht? Wind und Möbel. Oh, kein Moment. Ich habe da Wind mitgebracht. Er klingt komplett verpackt. Okay. Aber wieso ich ja Tori nicht im Funk? Ich höre das ja auch nicht. Ich habe meine Kone kommen. Ja, sie ziehen sich alle durch, Digga. Paulus abschießt, Junge. Wie? Oh mein Gott, der hat... Der schießt die ganze Zeit. Speiss die raus, Digga. Speiss die raus, speiss die raus. Ah, hört auf. Nee. Speiss die raus, speiss die raus. Der schießt weiter. Bro, der schießt die. Ich fessel. Oder macht ihr? Boah, Paulus abschießt, Digga. Paulus, ich leg die einfach fessel an, das ist klar. Herzlich willkommen beim Gewinnspiel. Drücken Sie die 1. Heils, Maul. Entschuldigung. Hi. Hi. Die 1 soll ich drücken? Warte. Hab ich. Und jetzt? Boah, diese Lache, die kommt aber auch von der hintersten. tiefsten der molischen Ecke. Das ist pure Haar. Das ist der molischsten hintersten Ecke. Ja, wahr. Ja. Nikolaj, was kann ich für dich tun? Ich hab dir 1 geduld. Ja. Äh, achso. Wir werden Ihnen Ihren Pinguin schnellstmöglich liefern. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Ein Pinguin. Ich hab ein Pinguin gewonnen. Ja. Ich wollte schon immer einen Pinguin haben. Oh mein Gott. 64 Kühlschränke, die Sie mitbestellt haben, werden Ihnen am ... geliefert. Hä? Bitte halten Sie sich bereit. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Boah, bist du bescheuert, Hacker? Ich hab mich so tode erschrocken. Ehrlich? Ja, natürlich. Ich komm hoch und ich seh nicht. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nur die Langwaffe gesehen. Oh Gott. Sorry. Leck mich ab Arsch. Ah, zieh doch nicht mehr in Haare, du Opfer, ja? Was los ist hier? Du hast nicht gesagt, ohne Haare ziehen. Komm her. Darf ich euch vorstellen? Mein Joghurt, ja? Pass mal auf. Mein Joghurt, ja? Ja, Kusa, weg dich. Du fixst mich niemals, Kollege. Ich zieh dir deine Hose runter. Oh, guck mal hier. Oh, drei. Eins. Oh, knapp rausgekommen. Oh, hier. Choke. Dass ich irgendwann die Liebe zum Waffenhandel entdeckt hab. Und einfach mit Containerschiffen tonnenweise Waffen herverschifft hab. Du, ich hab das komische Gefühl, dass ich Kopfschmerzen hab. Wie jetzt? Ach, nö. Oh, nö. Es lief doch heute so gut. Okay. Äh, oder? Also, du auch, oder wie? Server ist aus. Kannst ganz normal reden. Oh, mein Gott. Äh, Kops, alter. Kops. Ja, Maske auf. Kops. Aus, ähm, ich hör euch, ähm, steigen. Sofort. Raus. Raus. Hände hoch. Hütze, ja. Hände hoch. So, packt ihr euch da mir ein und... Die, die beiden Herren. Ja, 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 ja. Ja, komm, einer geht noch. Auf einen Bein kann man nicht drehen. Oh, ich will, sonst krieg ich Wasserbauch. Sonst schwimm ich's durch den Pool oben. Das geht nicht, ehrlich. Oh, das... Ich hab nur... Mama sagt immer, ich darf nicht so viel trinken und essen, wenn ich jetzt Wasser gehe. So, komm. Komm, einer geht noch. Komm, Gandy. So ist gut. Immer schön rein in den Lumpen. Oh, ich hasse Alkohol. Also, äh, und ich hab... So geht das. Ist sie nicht großartig. Sie ist einfach großartig. Komm, einer... Einen kriegen wir noch nicht. Nee, also jetzt reicht's wirklich. Also jetzt, sonst stehst du gleich nackt auf den Tisch. Ja, wirklich. Ich... Was mach ich mit? Kein Silber. Nein, wirklich. Ich geh... Geht nicht mehr, ehrlich. Ich hab doch keine Toleranz. Weißt du, ich... Ich mag vielleicht so harmlos aussehen, aber ich hab's faustdiches... Ich hab's faustdiches... Ich hab's faustdiches... Hm, baby. Das mit dir und mir geht viel zu weit. Fick auf diesen Heart, baby. Fast, live. Hey, baby. Schau mir in die Augen, so viel frei.